Viele Wochen war sie freiwillig quasi eingesperrt, denn Goodbye Deutschlandstar Dani Büchner nimmt im Sommer 2021 an Promi Big Brother teil. Kurz nach ihrem Ausscheiden und dem Finale der Sendung verbringt die 43-Jährige zunächst noch etwas Zeit in Deutschland, doch nun heißt es ab zurück auf die schöne Insel Mallorca im Mittelmeer. Ich sitze auf meinem Lieblingsplatz, auf meiner Terrasse, das allererste Mal seit ich zu Hause bin und es tut einfach nur gut. Das glauben wir dir direkt, liebe Dani, doch nachdem sie zuerst den schönen Blick über die Landschaft und das Meer genießt, geht's bei den sommerlichen Temperaturen auf der Insel nur wenig später in den Pool oder zumindest auf den Pool. In einem dunklen, gemusterten Sommerkleid mit Cutouts an der Schulter posiert der Reality TV-Star auf einem bunten Einhorn, das im Pool schwimmt. Zu dem Gute-Laune-Schnappschuss schreibt Dani, Ich bin so froh, wieder auf Mallorca zu sein, in Deutschland wurde es zu kalt, hier ist noch Sommer. Doch vermutlich ist sie nicht die Einzige, die sich freut, wieder zu Hause zu sein. Ihre Kids haben sie sicherlich auch schon vermisst. Von Joelina gibt's jedenfalls ganz viel Liebe für ihre Mama.